Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Stream oder vielleicht doch auch ein Video. Ähm ja, wir spielen FIFA und ja, wir spielen Saisons, die das jetzt auf YouTube sehen. Das ist jetzt das erste Video quasi und ja. So, ich bin jetzt auch gerade live mit dabei im Chat. Ja, gleich mit das Laden. So, und ja, wir beginnen jetzt mal, glaube ich, mit dem ersten Spiel. Ich hoffe nicht, dass es so da leckt. Müsste aber nicht spielen. Okay. Ist schon aufgeladen. Ja, easy. So, muss kurz gucken. Ob ich jetzt live bin. So. Ja, runterladen. Do it. Ach, da. So, runterladen. Nice. Ich guck, das war schon krass Werbung. Ja, muss ich kurz angucken. Weil man kann da noch nicht anzeigen lassen, dass man nur den Chat sieht. Und hier in Berlin. Und jetzt muss ich meine Ausstellung mal wieder bearbeiten. Böse. So, meine Ausstellung ist eigentlich so, dass ich so spiele. Na, noch mit einem zentralen offensiven Mittelfeldspieler. Und, ja. Hier spielt Brandy. Der Quering, der ist so stark. Spielt mit Union Berlin ohne Scheiß. Ist einfach so krass, diese Mannschaft. Nicht Pasen. Doch, Pasen. So, und da kommt Wood rein. Wood. Ja. Ich kenne diese Mannschaft nur auswendig. Ist so krass. Okay. Da oben kommt der Insel. Ist wirklich schon. Mit der Mannschaft bin ich eingespielt. So. Und jetzt kann ich nochmal. Und nächstes Mal wird auch nämlich die Donations und so angezeigt. Obwohl ihr nicht donationen könnt. Aber, ja, so ist voll und so kalt. So. Jetzt können wir es machen. Und unser Kapitän ist. Kessel, ja. Können wir so machen. Der Elfmeter macht nicht Kessel. Den macht Quering. Ein rechter Mittelfeldspieler. Eigentlich, aber egal. Das löscht sich immer so. Diese Online-Charakteranpassung. Ziemlich böse. Noch zwei Minuten. Ich habe zwei Minuten davor schon den Stream angefangen. Merkt schon, ich bin in Liga 5 und muss jetzt Liga 4 werden. Ähm. Ein Zuschauer. Juuu. Ich bin in zwei Einfluss. Oh, das ist schon nice. Wenn man schon merkt, dass man doch eigentlich eine ganz gute Community aufgebaut hat. Das ist schon nice. Der hintergefunden. Hoffentlich lagst nicht. Aber wenn es lagst. Also. Wenn ich das auch sehe. Dann liegt es glaube ich an der PS3. Manchmal lagst eigentlich fast gar nicht. Und dazu das Ding. So. Jetzt gehen wir nicht so gut. Ich glaube einfach nur durch. Do it. Oh. Unimilien ist so krass. Bosset die, Alter. La Galaxy. Okay. Ich weiß nicht. was für eine Mannschaft das ist. Ich glaube, das ist eine Mannschaft aus der USA glaube ich. Hört sich so an. Vier sterben. Läuft bei dem. Läuft bei dem. Aber spring nochmal, man. Die Leute einfach nicht überspringen. Ja, wir haben nicht kurz auf. Ist schon okay. So. Ich muss bis hin näher rangehen. So. Einmal schön drücken. Oder warte ich jetzt nicht ganz woanders hin. Ich muss, Alter. Ich muss ganz woanders hin. Hier. So. Ich muss kurz nennen. Ja, okay. Jetzt geht's. Jetzt kann ich auch besser spielen. So. Haben wir gleich mal die Eingriff abgewehrt. So. Fürst noch kommen. Do it. Ach, komm du jetzt da vorne hinspielen. Do it da. Nice. Wirf ab. Spiel noch da vorne. Nein. Warum spieg ich grad so scheiße. Ich bin noch nicht eingespielt, Leute. Immer die Ausreden hier parat. So. Schöner Spielzug. Weit gefunden. Glaub ich. Ja. So war's. Ey. Nicht grätschen. Das ist sogar faul. Okay. Warte kurz. Mal kurz checken. Jo. Alles klar. Aber man. Das. Ich muss mal kurz hier alles parat machen. So. Jetzt. Jetzt endlich. Jetzt kann ich kurz zocken. Aber hier muss man so. Vor dem Bildschirm hocken. Das ist unglaublich. Alter. Das die. Das die eine PS3. So etwas. Ich glaube ihr wisst was ich mein. Ach komm. Castle Night. Do it. I will sweaten. Ey man. Sweaty Boop. So ein bisschen glücklich. Okay. Queering starte. Nicht. Gar nix. Ausgerutscht. Schöner Ball nach vorne. Nagelisch. Welche Bänder nach vorne sind eigentlich. Gut. Mann. Da haben wir das. Gegentor gekriegt. Oh man. Aber egal. Gleich streame. Ey komm. Ist ja sowas noch auf dem Mann. Das sind die Bälle die wir brauchen. Schön. Dragons. Willkommen. Im Stream. Das sind die Bälle nach vorne Leute. Diese Steilpässe. 1a Leute. Jetzt geht's weiter. Opo Jagd. Really. Also in 5 geht's eigentlich in Liga 5. Ist ja das erste Spiel. Was ist in Liga 5 gemacht worden. Ich bin ein Spaller. Warum guckt ihr? Okay. Guckt halt getrennt den Stream. Okay. Können alle eigentlich auf einen Handy oder so gucken. Aber. Schon okay. Ich hoffe euch gefällt den Livestream. Und ich versuche ihn jetzt noch ein bisschen. Spannender zu gestalten. Aber wenn ihr jetzt hier so eine Scheiße macht. Dann wird das nichts. Und. Das wird alles auch noch gleichzeitig auf YouTube kommen. Vielleicht mit ein paar Cuts. Weil. Es. Hin oder wieder doch ein bisschen langweilig wird. Aber jetzt nochmal für euch. Das Ganze wird. Ähm. Auch nächstes Mal mit. Ähm. Wie nennt man das? Sub. Irgendwie wenn. Wenn ihr. Folgt. Dann wird da sowas angezeigt. Das kommt nächstes Mal. Schön. Schön. Nicht schön. Ja. Aber guck mal. Das sind hier dann so wirklich gefährlichen Wellen. Alter. Und New Berlin. Alter. Beste. Vorne mit Queering. Aber es klappt wirklich nur. Wenn ihr Queering und Wood habt. Die ackern so viel vor. Und die ackern und ackern. PS3. Das liegt an der PS3 Leute. Das liegt an meiner Connection. gut Torwart. Ich wollte auch mal öfters FIFA bringen. Aber bin ich so der FIFA Let's Player irgendwie. Und ich kann irgendwie. Mir fällt es irgendwie immer schwer. Ja. Wo hast du das jetzt? Mann. Das ist ja so. Okay. Unerwartet. Guck mal. Wie die ackern vorne. Jetzt. Ich weiß immer noch den Ball zu kriegen. Bitte nicht. Ja. Okay. Schiri. Ist okay. Gut. Wollst du. Du am Ball. Ja komm. So. Beste. Ja. Beste. Der ist so cute. Der Torwart. Reiß ein bisschen. Was. So. Zurück dem Torwart. Beste. Da. Wer ist der Mann. Wo. Alter. Nein. Nein. Das war nicht. Was. Wollt. Äh. Luca Dragons. Wollt ihr vielleicht gleich mal ein Spiel gegen mich machen. In FIFA. Schreibt das mal rein. Und es wird halt nett wenn ihr den ganzen Stream versucht mit dabei zu sein. Und ja. Ihr könnt auch quasi mit dabei sein. Ach. Tor. Warte ey. Manchmal da so seine Minuten alter. Total AOK. Gut. Aber die verteilen die Stäbenkessel. Das ist der Captain. Auch Bestei. Aber wirklich die Ackern. Guck. Quering ist so schnell. Hat 4 Sterne Skills. Guck. Zack. Zack. Der geht da so durch. Als wenn er das sein ganz Leben macht alter. Okay. Okay. wieder schön bis 0. Wer bin ich. Ein Fabi bestimmt. Kann man. Warte oh gerade gut. Ne. Doch. Ja du bist ein Fabi. Okay jetzt hier. Groß. Seine Position. Okay so scheiße war der gar nicht. Ja ein bisschen ohne Schmack ist. Aber das kommt noch. Komm. Komm. Schön. Kessel. Der ist mega. Okay. Die kann der PS3. Der ist mega gut. Da startet. Da startet er. Wood. Er startet. Er startet. Mein ganzes Team kann nicht schießen. Aber dafür haben die übelst viele Chancen immer. Das bringt einem nichts wenn man keine Chancen hat. Viel Zuschauer. Das ist nice. Komm. Komm. Ihr dürft nicht durchkommen. Okay gut. Alles geregelt. Oh man. Der war zu steil. Zu steil. Oh. Der versucht erst. Na gut. Abgefälscht. Kann sein. Schön Wood. Schön. Zu weit vorgelegt. Aber hat auch Druck richtig viel vom Gegenspieler. Oh man. Oh man. Yo. Bist du in letzter Zeit sehr inaktiv. Bist du so graurig. Ja. Das liegt. Daran dass. Ich einfach keine Tumplates. Mir fallen einfach keine Idee. Also generell habe ich nicht das Equip für Tumplates. Das sind einfach quasi nur Bilder. Und ich habe keinen Bock. Für Bilder zu machen. Irgendwie Geld auszugeben. Ihr könnt mal so gucken. Wie meine Tumplates eigentlich so aussehen. Also manchmal macht ihr. Machen sie auch. Ähm. Ich würde auch mal eine Runde Minecraft spielen. Glaube ich. Aber erstmal eine Runde FIFA. FIFA hat mich auf jeden Fall safe vorgenommen. Gut. Keeper. Bester. Ähm. Jetzt nochmal darauf zurückzukommen. Ich habe einfach keine Idee für Tumplates und generell die ganze Zeit mein Equipment spinnt gerade ein bisschen rum. Jetzt zum Livestream geht es halt einfach das Abspeichern. Die ganze Zeit kommt irgendwie ein falsches Speicherformat. Ich habe richtige Abfuck. Und wenn man. Das war das eine Video mit E-Phil. Wo ähm. Und das war halt so ein 30 Minuten Video. Und das Render dann halt schon so 40 Minuten. Und immer jedes Mal 40 Minuten durchzurennen war schon ziemlich scheiße. Denn ich musste da erstmal was ausprobieren. Denn das eine ging ja nicht. Und das war. Wer ist FIFA spielst du? Ich spiele FIFA 16. Ja. Guck meine an. Ja. Aber trotzdem. Ich versuche halt mich immer zu verbessern. Und in den Tumplates sehe ich nichts. Da kann ich auch schon gleich ein Stabt. Ähm. Tumplates sehe ich schon vorgegeben. Die kann ich benutzen. Das ist besser eigentlich schon. Das ist einfach. Ich habe auch keine Hand dafür. Ich mache das mit Paint. Aber damit bin ich null mit zufrieden. Ähm. Ich wollte mir halt. Im Photoshop holen. Aber alter. Das ist sau teuer. Das ist nie so länger. Und das sind halt einfach nur Bilder. Ich sehe das nicht ein dafür irgendwie. Geld zu bezahlen. Wenn ihr wisst was ich meine. Was ist das so das Ding? Und jetzt könnt ihr mal gucken. Wie das so auf meinem Desktop aussieht. Das. So sieht's aus. Hier meine Tonspuren. Hier nehme ich auf. Oh man. Okay. Jetzt geht weiter. Wir müssen uns weiter hinsetzen Leute. So. What? Komm. Drei Einzel schaffen das noch. Glaube ich. Müsst ein Unentschieden. Komm. Wir sweaten natürlich nicht. Ey. Das. Das beschreibt meinen FIFA-Lack. Das beschreibt es. Oh man ey. Ja. Da war der Keeper da. Ich bin erst eben grad aufgestiegen. Deswegen. Tut mir leid. Wenn ich grad noch nicht so gut bin. Aber zweites Spiel wird es jetzt auf jeden Fall liegen. Ich bin halt nicht so gut. In die Partie. Reingestartet. Reingestartet. So. Komm. Quering. Quering. Oh. Das war ja nie gewollt. Das ist so wichtig. Das war schon ein Schuss. Das war ein Schuss. What? Alter. Der Straman ist dann noch hintergelaufen. Und dann. Bam. Sein Tor. Diese Chance lässt er sich nicht entgehen. Zwei. Zu drei. Leute. Das kann auch mal was werden hier. Schön. Schön. Brandy. Der Ack hat so viel. Ich hab den zuerst nicht aufgestellt. Komm. Okay. Oh man. Das sei nicht gewollt. Das ist Redy. Komm. Schön verteidigt. Boonjay. Komm. Lauf. Schön. Kessel ist da. Ich weiß. Die Namen sind immer ein bisschen komisch. Ich hab da noch nichts mitgekriegt. Ja okay. Ich hab da noch nichts mitgekriegt. Guckst grad Nachrichten. Okay. Alter komm. Wie oft fuhr der denn sein Torwart raus? Alter Laube. So. Naja. Komm. Komm. Zack. Kessel. Schön. Nee doch nicht. Nicht schön. Nicht schön. Nein. Mann. 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 Da war einfach. Ich hab's gesehen. Ich konnte dir nicht hinrennen irgendwie. Wie Boateng. Wie Boateng. Wie Faith Boateng da rechts. Und jetzt gibt wieder. Wie oft skippet. Wie oft skippet er jetzt. Mann. Mann. Über Drang. Was habt ihr denn. FIFA 60 überhaupt. Achso. Sorry. Sorry. Tut mir leid. Hab ich immer noch. So ein paar Anfängerfehlerleute. So jetzt. Jetzt geht's weiter. Kessel kannst du nicht machen. Guck. Ich bin auch hinterher gelaufen. Aber der Schild unten am Boden. So. Nächstes Spiel glaube ich. Okay. Ja. Könnt's eigentlich vergessen. Aber wir spielen natürlich noch weiter. So ist es langweilig für euch. Schön. Daube. Schön wer sich da durchsetzt. Zieh in die Mitte. Daube. Der steht 1A. Der steht echt 1A. Fürst. Na schön. Nein. Ey. Mann. Ja. Du das will mich nicht angucken. Man kann da so heftig reagieren. Aber er zieht sein Toto immer raus. Ich muss sofort schießen. FIFA 14 13. Alter. Häng ich das auf. Ähm. Ja. Dann wird's ja nicht gehen. Bei FIFA 14 hab ich. Aber besorgt euch dann FIFA 16. Weil FIFA 17 wird eh nicht für PS3 kommen. Weil wegen der Frost bei Engine. Ey. Hey Shiri. Was ist los bei dir? Was hab ich denn gemacht? Hä? Das war ich nicht mal. Was hat ich denn da alleine gemacht? Ja. Groß. Wie viel haben wir zu mir gelb? Gelb. Ha. 3. Dankeschön, dass das angezeigt wird. Ach komm, Alter. Ja, aber das tut so präzise. Schön. Nein, nicht schön. Oh, bester Mann, Alter. Ja, hallo, das war... Musste mal sein. Ich wollte das mal ein bisschen. Jetzt mal trainieren hier. Ey, die könnte auch fangen, ne? Das war leicht unnötig. Komm. Kreilach. Der frühere Käpt'n. Schön. Groß. Oh, ging es aus. Typisch. Äh, was wär das? Was an die Sternchen? Trächt' mich interessieren. Drei Stück. Ja. Hintenrum. Andere Seite. Ein-auf-Abfahr-Karriere. Die beste FIFA-Spieler. Oh Mann, das Ergebnis ist echt demotivierend. Schön. Kessel. Oh, da braucht es zu lange. Ja, ist kein... Da ist kein Angreifer. Noträtsche. Musste sein. Kommt. Kommt. Schön. Nein, das ist der Pass nicht angekommen. Schade. Ey. Scherz. Der war nix. Komm. Ach, komm, Mann. Jetzt bin verarscht, Mann. Ey. Er führt. Was? Oh. Alter, er führt mit... Wie findest du Speed-Ur-C? Ähm... Speed-Ur-C? Finde ich ganz okay, doch. Macht mir Spaß. Sei quasi... Ich... Ja. Doch, ist quasi ein Varo, glaube ich, oder? Ich bin da jetzt nicht... Von Crafting-Ped hab ich in Papi durchs Gekunst, aber an den Rest. Ich glaube, das ist so eine Art Varo ist, oder? Oh, da können wir noch kurz unsere Klasse zeigen, eigentlich. Reinflanken ist die Threaten, Leute. Ach, nein. So. Komm, jetzt noch mal ein Angriff von Dauben. Ne. Nix. Da kommt nichts mehr. Das Spiel ist gelaufen, Leute. Das spreadet eh. Oh. Ja. Ist egal. Ist egal. Zeig dir es. Okay. Ich dachte echt, das spreadet eh. Ja, egal. Nein, ist vorbei. Können hinten rumspielen. Schön. Man auf Zeitspiel. Obwohl wir nicht führen. Hey. Das ist so unnötig. Really? Ja, okay. Easy Captain Root. Hier mal kurz hin. Schön, Fürst. Na, schön gejumpt. Jawohl. Jawohl. Voll noch unnötig, aber egal. Ich weiß was. Ich weiß nicht, ob es so eine Art KD gibt. Unser Trainer hinten. Total. Stehlich drauf. Was soll ich da im Hintergrund? Boom, boom, boom. Was? Wie sie. Alter, fast ein Elfmeter. Mach doch bitte. Und, äh. Endlich. Okay. Ach man. Mann. Story wieder 80 Jahre, ob es ein neues Spiel hat. So, wieder zurückspielen. Das Spiel ist gelaufen. Was will ich jetzt noch unnötig rein? Ah, Easy Tour. Geh essen. Guten Appetit. Gendier. Oh Mann. Null Punkte geholt. Egal. Solche Tage gibt's mal. Okay. 10, 15 Minuten. Hey. Aber lass. Lass den Streamer laufen. Nein, Schatz. Musst du nicht. Ich breche nicht ab, sondern suchen jetzt weiter. Weiter, weiter, weiter. Supergent. In null Sekunden. Gegner gefunden. Ich muss ein bisschen lauter sprechen, glaube ich. Sonst hört man nämlich nicht so lecker. Schnee, Mann. Warum? Warum Schnee? Alle haben einfach Handschuhe an. Skip bitte. Danke. Die Spielmüge muss jetzt gewinnen. Für meine Zuschauer. Schön. 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 Komm. Schade. Das wäre so ein perfekter Schuss. Oh, habt ihr ihn drin gesehen? Das wäre sehr. Ja, easy. Okay. Ja, easy. Ja, easy. Komm, Alter, PS3, jedes Mal sag ich PS3, wenn ich was leckt, ist ja auch eigentlich so, oh man, gerade spielt sich alles so im Mittelfeld ab, was nie so lecker ist, müssen wir aber nicht drücken machen, komm. Zu weit, egal, Wood hat die noch, schön Wood, aus, ja, nice. Mann, unsere Chance, das war böse, dann hier und dann zack, Tod ist aber da. Also, der war knapp, der war gut, der war mega gut. Oh, da tut das mega nice. Oh, da pack ich die Skills aus. Komm, schön. Das dauert immer wieder zu schnell, äh, zu langsam. Komm, so hinterher. Mann, heute ist so ein, so ein Lacker, Alter, so ein Lacker. Ein Lacker, der ist dabei drin, na egal, kann man nichts machen. Schönen Kessel. Das kann ja knapp werden. Das kann ja knapp werden. Oh. Der war richtig knapp. Schön. Kessel mal wieder. Da oben, nein, da oben. Natürlich. Das kann ja knapp werden. Ja. Kann ich das denn nicht auseinander halten. Schön. Teil vielleicht ein bisschen weh, aber egal. Schön. Kann er noch gerade laufen, ja? Schön. Brandy glücklich. Was, Siri? Schön. Quering Alcat So FDV vorne mit Und da kommt wieder der Torhüter Böser Torhüter Der hält echt stark Bis jetzt 1-1 Nochmal Ins Tor geballert Was macht ihr denn da? Okay Komm Komm Schön Das Wille Kein Foul Bitte nicht Bitte nicht So auf und vorne So auf und vorne Der Torhüter kann ja wegspringen Hä? Was macht der Ball da wieder? Das war der Wille zum Ball Bam Meiner Was macht ihr denn da? Noch schnell. Vielen Dank. So, alter, ich kann grad, ich rede fast grad gar nicht. Aber egal. Ich spiel auf Fifa. Das ist das Ding. Komm. Schön wieder durchgesetzt. Schön groß. Schön. Schön. Oh. Schade groß. Moin. Das war Bertha. Aber hat er sich echt gut durchgesetzt? Alle Spieler kommen ran. Gut. Ja, soll er kurz spielen. Ist mir weg. Komm. Sucht er einen aus. So, wem möcht'n gerne spielen? Rechts. Wow. Doch lieber zu mir. Gute Wahl. Ey. Ich mach' den nicht, Alter. Ja, okay. Auch ein Zuscheißwinkel. Kommt. Ich glaub' er es darauf kam. Später da irgendwo hin. Ja. Ja. Später dann da irgendwo hin. Ist ein bisschen blöd, dass er jetzt AFK ist. Aber egal. Ja, hier hin. Mann, das ist doch nicht wahr. Leute sind AFK einfach so gut. Wieder da. Hallo. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja. Mann, Mann, Mann. 1-1 steht's. Oder Tor war... Ja. Es wäre eigentlich... ...zurecht, wenn wir in Führung gegangen wären. Denn wir hatten einfach eigentlich besseren Chancen. Ja, hier hier dieser Launch-Shirt. Und hier das Tor. So, zack. Bisschen unglücklich. Aber egal, wir haben noch eine Hälfte. Jetzt müssen wir uns durchsetzen. Besser in die Zweikämpfe gehen. Noch mehr wieder zum Ball. Und dann, glaub' ich, passt das. Auf jeden Fall, ja. Eigentlich hätt' ich's in den Cut reingesetzt. Weil, wenn ich dann so ne Pause mache, dann... ...ist immer so, weil ich eigentlich immer schneide. Ach, Mann. Pause. Warten auf Gegner. Der ist afghan. Das kann ein bisschen dauern. So. Wenn man afghan ist, kriegt man so schnell den Ball. Weil... ...jeder bleibt einfach da, wo er ist. Guck. Man kriegt so schnell den Ball. Weil der Stellungsspieler noch bleibt. Oh, da ist es. Auch wenn der Gegner afghan ist. Oh, das dauert so lange, ne? Egal, dann kann ich euch... ...kann ich euch gleich mal was sagen. Und... ...wahrscheinlich werde ich bald einen Restart machen. Alle meine Videos auf Privat stellen und so. Oder nochmal mit dem Kanal-Trader und so. Alles nochmal neu machen quasi. Alles nochmal besser. Und dann möchte ich irgendwie gucken, wie ich das mit den Thumbnails mache. Und generell halt meine Videos bis hin. Aus Clash Royale oder Clash of Clans. Beides habe ich. Aber... ...keins davon spiele ich aktiv. Pokemon Go habe ich. Das habe ich wiederum. Und das suchte ich. Der ganze Skillstore war... Ne, ne? Ne. Ah, Pokemon Go. Pokemon Go ist echt cool. Das ist echt eine saubere App, Alter. Ich glaube, die verliert auch nach ein paar Monaten seinen Hype. Weil... ...man will einfach nicht... Ich glaube, die meisten Leute haben immer keinen Bock jetzt wirklich... ...en Monat einfach... ...es zu suchten. Und zu suchten heißt, er muss rausgehen. Und einen Monat einfach immer jeden Tag irgendwie 10 Kilometer zu gehen. Ist, glaube ich, auf Dauer ein bisschen anstrengend. Ich glaube, das verliert irgendwann schon... ...seinen Hype. Das glaube ich schon. Zudem ist das schlau gemacht mit den 10 Kilometer-Eiern und so. Hey. Komm, egal. Schön. Der Gegner ist afkar. Wir machen hier die Skills. No, Brenny kann keiner. Müssen wir Queering nehmen. Da ist er. Queering. Oh, schön. Schön, Queering. Do it. Guck mal, da kommt der. Da kommt der mit seinen Skills. Oh. Ja, schön. Kommt der wieder an die Ball? Wir sweaten hier mal kurz. Oh, welch erinnert du bist in Clash Royale? Und welch erinnert du das mit Clash Clans? Bei Clash Clans Rathos Level 8. Ich hatte einen Clan, der war richtig gut. Der habe ich auch selbst erstellt. Der hieß No Chance oder so. Ja, der hieß No Chance. Und das aber dann alle inaktiv, weil ich auch inaktiv bin. Und, ja. Und bei Clash Royale habe ich nicht gesuchtet. Also ich habe es immer mal wieder reingeschaut, aber nicht wirklich gesuchtet. Und da bin ich, nennen wir das Arena. Ja, ich nehme an Arena. Ich bin da Arena 3, glaube ich. Also ich fand es nicht so toll, das Spiel. Keine Ahnung, hat mich jetzt irgendwie nicht so angesprochen, das Spiel. Generell mag ich auch nicht so Handyspiele irgendwie. Ist natürlich schön und gut, dass man es unterwegs spielen kann. Aber da ist eine Konsole natürlich viel, viel besser. Sehe ich so. Also von Handyspielen natürlich so ein einfaches Prinzip kann natürlich auch so Spaß machen, wie Agaio und so. Aber ich finde, auf dem Handy, da sollte man nicht so viele Spiele spielen. Oder wenn man jetzt zum Beispiel eine PS3 neben sich hat und ein Handy und darauf vielleicht irgendwie Slither.io hat. Dann will man natürlich auch auf PS3 spielen, versteht ihr? Wie alt war der Gegner ab auf K? Ja, was soll ich machen? Ich kann jetzt auch auf Zeit spielen eigentlich, oder? Ja, und da kann ich mir mal was erzählen. Währenddessen der jetzt hier auf K ist. Denn ich werde es dann bald wieder Projekts kommen. Projekts kommen, Alter, was heißt das für Deutsch? Vielleicht wird bald wieder ein Projekt kommen mit ganz, ganz vielen YouTubern, glaube ich. Also ist wirklich noch im Hinterkopf quasi irgendwie eine kleine Idee, die dann vielleicht irgendwann groß sein kann. Und dann wirklich auch ein Projekt sein kann, was so ähnlich wie... Es gab irgendwie kein großes Projekt, was irgendwie ich lange gemacht habe. Das Größte war bisher Minecraft 1 mit irgendwie 10 Folgen. Minecraft 1 war cool. Aber dann... Ich weiß gar nicht, warum ich es aufgehört habe. Irgendwie, keine Ahnung. Ich fand es irgendwie nicht mehr so toll. Ich weiß gar nicht, warum ich es auf der K? Ja, Clash Royale ist wirklich so eine App, denke ich so. Das Besiege... Clash of Clans war cooler. Da konnte man sich ausleben und quasi seine eigene Arena und so machen. Und quasi alles bewegen. Aber bei Clash of... Nein, Clash Royale. Da ist es ein bisschen eingeschränkter, da hast du ja schon deine zwei Türme und den einen großen Turm. Das ist einfach irgendwie nicht so das, was ich machen kann. FIFA ist cool, weil man da... Und generell, natürlich, Handyspiele sind cool. Aber Pokémon Go ist wirklich was ganz, ganz anderes. Pokémon Go ist ja einfach ein Handyspiel. Ist irgendwie ein Spiel, wo man... Ähm, wie das... Ich weiß nicht, man kann rausgehen und dabei halt Pokémon sammeln. Und habt ihr, ähm... Pokémon Go? Also nein, habt ihr irgendein Pokémon Teil in eurer Kindheit oder spielt jetzt noch einen? Habt ihr da irgendwas gezockt? Könnt ihr es mal schreiben. Auf jeden Fall ich. Ähm, Hardgold... Nein, Zollsilver war mein erstes Pokémon Game. Alter, ich hab's durchgesuchtet, durchgesuchtet. Da gab's ja so irgendwie so zwei... Ähm, quasi zwei Regionen. Und ich hab einfach zwei durchgesuchtet. Das war so nice. Aber das erste Mal, wo ich wirklich ein Spiel richtig mitfiebern konnte und so. Das war schon richtig cool. Richtig. Und dann sich mit den Freunden austauschen. Und dann auch immer mit den Freunden so tun. Als wenn man so... Als wenn man so Pokémon Spiel quasi... Das war schon cool, doch. Das war schon richtig fresh. Muss man schon so sagen. Mann, was hattet ihr für eine Kindheit, Mann. Ohne Pokémon. Habt ihr zumindest Pokémon Go? Also, ich würd... Pokémon mit sechs Jahren war so cool. Da hat einer... Also, einer hat's von... Von der Schwester. Hat der halt so den Nintendo gekriegt. Mein erst... Pokémon war grün. Alter, wie oft? Alter... Grün ist das erstes? War es auch ein Game Boy? Also, in... Game Boy hat hier gar nicht. Irgendwie... Irgendwie keine... Nicht meine Eltern irgendwie. Keiner hat ein Game Boy. Und da gab's halt schon die weiteren Teile. Für den DS. Und da hab ich einfach dann... Die... Ja, Pokémon Go endlich! Pokémon Go! Jetzt sagt nicht, welches Team seid ihr. Schreibt ihr zuerst. Dann schreibt... Also, dann sag ich's euch. Wenn ihr mein Team seid, das wird so nice. Und für die Leute, die nicht Level 5 sind, man muss Level 5 sein, um einem Team beizutreten. Und wenn man ein Pokémon Arena einnimmt, dann kann man quasi... Illuminati, nein, muss er sagt ein Team bitte. Das ist immer so cool, irgendwie die Teams auszutauschen. Und Creepertron bist du... Base Team bist du. Ihr. Ja, gesagt. Hallo? Ich würde mich halt übelst interessieren. Und wir suchen jetzt noch mal einen neuen Gegner. Achso. Okay. Aber jetzt schreibt mal bitte... Ähm, in welchem Team ihr bei wochen man Go seid. Bitte, bitte. Das ist halt so. Das ist nice. Dass man sich da austauschen kann. Und dass man sein Team verstärken kann. Ich ahne schon, welches Team ihr seid. Kein... Bin Level 4 Spieler, das war nicht so oft. Okay, welches Team ist in Joined? Team Gelb? Team Rot? Oder vielleicht Team Blau? Ich sag jetzt mal kurz. Warum denn... Aber sei bitte... Wird so schnell wie möglich Level 5. Denn Level 5 zu sein ist einfach so nice mit den ganzen Arenen und so. Oh, was neidriger Genius Schuss. Also ich sag jetzt. Ich bin... Team... Gelb! Team Gelb beste, Alter. Team Gelb. Beste. Team Blau. Team Blau. Ja, okay. Team Blau ist noch okay, aber Team Rote scheiße. Team Rot fällt richtig immer noch starb ab. Übelst. Team Blau ist okay, aber Team Gelb ist die Beste. Kein Problem, wenn Team Blau in meiner Arena einhört, wenn Team Rot, Alter, dann komm ich da gleich hin. Mit meinen... Mit meinen Pokémon WP-Hund 1000 ein. Team... Säftige Pokémon hab ich dann noch nicht. So, Pokémon 5. Gelb oder Blau. Ja, richtige Einstellung. Kein Team Rot, Alter. Aber bei mir alles Team Rot. Oder... Nein, das ist so ein Kampf. Team Gelb gegen Team Rot. Manchmal hat auch Team Gelb. Parin. Und dann... Dann jogg ich da hin und... Und pack da mein Pokémon rein. Easy. Wollte mal ein Let's Play von Pokémon Go sehen. Vielleicht mach ich dann sogar... Vielleicht seht ihr mich da in dem Video. Aber... Vielleicht... Also man sieht mich... Man sieht meine Umrisse, aber ich... Es ist mir dann irgendwie so eine... Ey, Mann! Ey! Ich kann nicht spielen und reden. Das ist richtig scheiße. Ich würde mir dann halt so eine Jacke anziehen. So eine... Wie ist... Ich glaube, den YouTube kennt ihr nicht. Aber es hat schon ein YouTuber so gemacht. Also ich stehe mir dann so eine Jacke an und dann... Kennt ihr mich nicht. Glaube ich, dass ich das denn so machen werde. Falls du Pokémon Go... Let's Play sehen wollt, dann schreibt jetzt mal... In die Kommentare. Bei Pokémon Goethe echt Bock. Nur da müssen wir ein bisschen was von der Arena und so sind die Ende da. Steht an manchen Mal. Ja, was zu tun. Tübe. 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 Wollte... Ich mache ich dann... Natürlich mache ich das nicht, wenn ich da irgendwie 10 Aufrufe dafür kriege. Ne, ich glaube nicht mit dem. Wenn ich da rumlaupe, wenn ich mit dem machine... ... Wie scheiße wär das? Schau mal. Morandon, du läufst und in darin des CD rum... Auf einmal kommt da so ein Mann mit der Maske, ein Freund oder so filmt ihn so ab, mit so einer Kamera, da denkt man sich auch nur so, und er redet quasi, auf sein Handy. Okay, das wird übelst peinlich bestimmt, ein paar Leute würden sich bestimmt so denken, alter, jeder mich faken, aber egal. Ja, mach dann vielleicht mal, vielleicht kommt mal eine Folge. Okay, und dann wenn die übertrieben krass ankommt, dann kommt die zweite Folge, like geil, Scherz. Ja, okay, aber Team Gelb ist echt, ich finde das cool, wenn man halt so Leute trifft, die dann auch Team Gelb sind, dann fragt man so, hey, welches Team bist du? Ah, Team Gelb. Ja, okay, dann manchmal sage ich dann so, ja, dann lassen wir die Räder von Nibod einnehmen, hier, die ist, du musst da nicht stehen, da muss Gelb stehen. Aber wirklich, ich habe so richtig korrekte Leute dadurch auch, ich bin mit so korrechten Leuten ins Gespräch gekommen. Und was mir auch auffällt, ich habe es damit übelst nicht gerechnet. Und irgendwie der Durchschnitt von den Pokémon Go Spielern liegt irgendwie bei 20, Mann. Ich habe auch irgendwie, ich glaube der Jüngste, den ich beim Pokémon Go Spielen gesehen habe, der war irgendwie 10. Ich kann jetzt aber nicht kurz auf den Chat achten, denn mein Handy, der Akku geht kurz alle, ich muss den kurz aufladen. Bruh, alter Bruh. So, aber egal, vielleicht geht der wieder an. Really? Ja, okay, ich muss mal sagen, das war so ein Live-Stream, weil jetzt auch mein Handy allgegangen ist und, ja. Dann auf jeden Fall sage ich, ich verabschiede mich jetzt hier und das alles kommt auf YouTube und, ja, dann, ciao Leute. So, ciao, ciao. Ich glaube, ihr hört mich noch. Bis.